Was ist das Gefühl, dass wir manchmal in unserem Leben in Situationen kommen, wo wir das Gefühl haben, wir stehen einem Meer von Unmöglichkeiten gegenüber. Nicht nur ein Bach, den man locker mit einem Sprung genommen hätte. Nein, es ist wirklich ein großes Meer von Unmöglichkeiten. Was meine ich damit? Es ist etwas, was uns entgegensteht, wo es keine Lösung gibt, wo sich kein Weg zu ergeben scheint. Menschen, mit denen wir eng verbunden sind, treffen Entscheidungen, die wir nicht verstehen. Dinge entwickeln sich anders, als wir gedacht haben. Dinge, für die wir geglaubt und gebetet haben, scheinen sich immer noch nicht zu entwickeln. Etwas steht uns so entgegen, dass wir wie blockiert diesen Dingen gegenüberstehen und wir wissen nicht, wie wir sie überwinden können. Ich habe in der Bibel eine ähnliche Situation gefunden, die im Natürlichen so berichtet wird. Und zwar war das Volk Israel ausgezogen aus Ägypten. Alles schien klar zu sein. Natürlich, Mose, er weiß den Weg. Klar, wir sind sicher. Er wird es wissen, wir gehen einfach mit ihm. Alles war gut vorbereitet. Und dann auf einmal entwickeln sich die Dinge doch anders. Hinter ihnen der Feind, der sie verfolgt. Und sie kommen vor einem Meer an, wo es keinen Weg gibt. Was tun wir in diesen Situationen? Meistens reagieren wir genauso wie das Volk damals bei Mose. Und da lesen wir, dass das Volk sagt, warum hast du uns das angetan? Das ist eine Frage, die wir oft genau so formulieren. Gott, warum hast du mir das angetan? Welches ist die Lösung, die wir lesen im Neuen Testament? Der Hebräerbrief schreibt dazu, Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die da glauben zur Errettung der Seele. Bleib in Zuversicht, dass Gott handelt. Bleib in Zuversicht, dass Gott für dich einen Weg machen wird. Genauso, wie er es damals für das Volk getan hat. Denn das Meer teilte sich vor dem Volk, sodass sie hindurchziehen konnten. Und der Feind wurde hinter ihnen vernichtet. Gott wird einen Weg für dich machen, wo du keinen Weg mehr siehst. Gott wird etwas in deinem Leben verändern, etwas aufschließen, wo du keine Lösung siehst. Glaube daran, dass Gott etwas unternehmen wird, was vielleicht anders ist in deinen Augen, was anders ist, als du es erwartest oder wie du es vielleicht gut finden würdest. Aber Gott wird einen Weg für dich machen. Du wirst durch das Meer deiner Unmöglichkeiten hindurchkommen. Du wirst am Ziel ankommen. Wir wissen, Gott hat mehr für dich.